ähm, den Arenaleiter probieren Quatsch Was mach ich denn? So, und tauschen mit dem hier So, ähm Weil wenn ich's nicht schaffe, kann ich hier drin dann doch gut leveln, zumindest bei der Wasser-Pokémon Haha, das war der erste Level 15, nein, nicht wechseln Oh ja, sehr geil Okay, das war Nummer 1 Ach ja, okay Wir ziehen's einfach mal durch Ja, 6 Alter, wie dreckig mies die sind, die Arenaleiter Okay, meine Taktik ist nicht aufgegangen Ähm Ja, super Was weiß denn ich? Das sind Pflanzen-Pokémon, ne? Ich sollte da mehr drauf achten, ehrlich gesagt Ja, und der tauscht jetzt Feuer-Pokémon Jetzt hab ich kein Wasser-Pokémon mehr Nein, natürlich nicht Ach, kommt grad egal Eigentlich wollte ich vorher nochmal Safe-State, nur ja jetzt komplett vergessen Oh Hahaha Was kommt als nächstes? Hot Rod Ja, da ist natürlich meins wieder überhaupt nicht gut dagegen Ah, super Okay, dann probieren wir mal Was haben wir denn noch? Radfratz Ja, super Jetzt kann ich's gerade wohl nicht mehr mal austauschen Okay, dann Draufhauen Oh, das ist so dreckig Ich kann nämlich nichts ab Der heizt sich immer wieder, die Drecksau Guck dir das mal an Danke Äh, Hyperzahn, komm Ja, ach so Ja, ach so Ja, das ist der Nachteil, wenn man mit so hoher Geschwindigkeit spielt Ich, äh, äh, seh nicht, was dran steht Hahaha Okay, Potrot Okay, muss ich jetzt einfach, äh, try and error Ach, komm schon, ey Jetzt hat er sich schlafen gelegt, die Drecksau Ja, das könnte jetzt doch etwas schwieriger werden Ach so, nach Ja, 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 ja Oh, jetzt Missgeburt, ey Die vergessen Der führt mich jetzt wieder zurück Super Ähm Boah Das ist ja wieder keine Wirkung, ey Danke 110 Ja, doch, da kann ich noch gut leveln Hoffe ich zumindest Na, komm Komm, komm, komm Weiter, 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 weiter Danke Okay, noch eins Dann habe ich dich Level 17 Du bist Pflanzen-Pokémon Bei dir funktioniert Mal Katze probieren Bin ich paralysiert Auch nicht schlecht Fritzelblitz Level 17 Okay Dann tauschen wir dich mal gegen Endivio aus Die ist bis jetzt am schwächsten Und ja, bei mir ist Endivio weiblich Obwohl meine Männliches fällt mir jetzt gerade auf Das war klar, dass das passiert Na, komm Okay Na, na, komm Basta Bam, Alter Läuft Läuft Überhaupt nicht Oh, ja Super Das hat keine Wirkung Ey, wie ich es liebe Das ist doch Ja, das funktioniert an Ich bin aber auch doof Ey, ohne Witz Hier, Schicki Komm, mach mal Ich muss euch sagen Ich habe mich auf was eingelassen Ich sehe es schon kommen Das wird noch Könnte noch etwas Ätzend werden Schicki Okay Das geht gerade Ja, gut Was ist Potrott eigentlich für ein Typ Da habe ich auch keine Ahnung von Jetzt könnte ich mich da eventuell drauf einstellen Ein bisschen Weil scheinbar muss ich ja Also erste Arenaleiter Gleich mit Mit sechs Pokémon Und dann auch noch so Dämliche Das könnte doch etwas Sich etwas schwieriger gestalten Aber irgendwie Wird das schon werden Schuppet Ah ja, das funktioniert super Haha, 14 Läuft Wie gesagt Ich bin so mehr der Wo einfach nur auf pure Kraft Geht Also leveln, leveln, draufhauen Noch mehr leveln Dass man noch besser draufhauen kann Ähm Ja Kann es auch dumm machen Level 15 Giftpuder 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 Ich weiß mit Reflektor nichts anzufangen Weil es zu schön war in Divi Darfst du noch bis zum Tode weiter Äh Weiter leveln Ein Level mache ich dich noch So Jawohl Und Level Ah Entwicklung Sehr geil Glorblatt Okay Ach halt Quatsch Blödsinn Äh Pokémon austauschen Du Dich tausche ich aus Gegen Hunduste Mann Hunduste ist momentan der schwächste Es ist ja schon fast Peinlich Ja wie soll ich denn aber auch Wenn dann nur wieder Wasser Pokémon kommen Gegen die Hunduste überhaupt nichts auszusetzen hat Aussetzen kann Na komm Ja Da Ja genau Das ist doch gut Kann ich mit Glut reinhauen Level 13 Perfekt Smog Ich muss mir das nach der Aufnahme Ähm Ach ne darf ich ja gar nicht Verdammt Ist aber auch doof für Regeln Ja wobei Nein eigentlich nicht Weil sonst könnte ich ja einfach durchrennen Verdammt Dann halt Ratz Ratz Komm Level 15 Nein nicht Panzerschutz Kommt jetzt auch Äh Schiggy Habe ich dich jetzt als Als Starter drin oder was Ja aber komm Du bist jetzt Oh Cool Noch ne Entwicklung Ja Schillock So Nein Beutel nicht Wir gehen da drauf Und tauschen Hm Dich mal aus mit Ratz Was jetzt schon wieder doof ist Weil das bei diesem Kumon Keinerlei Ähm Einfluss hat Ach komm schon Schuppet Ja Damit fange ich doch mehr an Und dann noch Hüberzahn hinterher Reicht Locko Noch nicht ganz Den machen wir auch mit dem Hypozahnblatt Fast Ach Fuck you Teddy Ursa So Level 16 Perfekt Aha Das kostet Zeit So Safe State Ach Jetzt habe ich hier doch nicht die Pokémon Verdammt Naja So Das war die Nummer 1 Ne Wir lassen es mal drin Na Glut haut natürlich voll rein Aber Nehme ich doch einfach mal meinen Schillock Mit Aqua Knarre Mein Freund Klar ist das effektiv Bäm Mal da Bäm Level 17 Sehr geil Und weiter geht's Jetzt habe ich nicht gesehen welches kommt Ach egal Potrott Achso Ja das ist das Ah Auch Wasser Pokémon Das ist gut zu wissen Na Ja ja Komm Okay Karnimani Du musst jetzt Hier rein Hauen Solange es noch schläft Oh wie ich Pokémon Potrott hasse Ey Jetzt komm Bäm Nochmal Auf Nicht schlafen Jawoll Osaring Na Lass ich dich mal drin Okay Oder auch nicht Ah Horn hat er Gerne Das funktioniert Er kann aber auch alle Seine Drecks Pokémon Heilen Ey Ohne Witz Ey Das ist echt kacke Wer kommt jetzt Na super Ja da bringt natürlich wieder gar nichts Okay Ich könnte es mit Loreblood versuchen Was aber wahrscheinlich nichts bringt Oh doch Tatsächlich Ich kenne die Ähm Die Typen und was dagegen gut und was dagegen schlecht ist Nicht so dolle Also ich weiß zum Beispiel Feuer ist gegen Pflanze gut Pflanze ist gegen Wasser gut Wasser ist gegen Gestein gut Aber Pflanze gegen Gestein anscheinend auch Damit haben wir den ersten Orden Yeah Baby Felsorden So geht das Hier Nehmen wir TM39 Okay Bla 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 Das wollen wir jetzt natürlich nicht Das heißt Wir machen uns jetzt nochmal Auf den Weg zum Pokémon Markt Ach Watsch blödsinn Was mache ich denn Ich Depp Pokémon Center meine ich doch Perfekt Ähm Mach jetzt hier Safe State Und äh Pause Bis zum nächsten Mal